Hallo wieder und herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute Last Night. Und das ganze spiel ich natürlich nicht alleine, sondern da auf der rechten Seite ist auch der Steve mit am Start. Hallo Steve. Hi. So, da werden wir auch gar nicht lange schnacken, sondern Last Night, wo die spielt und da gucken wir jetzt mal direkt rein. June 12.2008. Okay, ist schon ein bisschen her. This is my first day of work at this restaurant. Okay. Okay, also wir sind irgendwie arbeiten im Restaurant. Ich gucke mal, wo wir, was? To get to the place of work. Wo bin ich denn hier? Wird das City an der Schnellstraße oder was? So vorarbeiten wir denn, Alter? Okay, müssen wir jetzt da lang oder was? Oh Mann. Oh Gott. Ich kann nicht sprinten. Das fängt ja schon blöd an. Haunted Hamburger. Du, nach so einer Schicht kann keiner mehr von uns sprinten. Anscheinend starten wir ja erst mit der Schicht. Oh nein. Echt, wir sind in der Nachtschicht. Ach, scheiße. Hallo. Oh Gott. Ich kann das auch machen. Oh, echt. Ja, wir sind in so einem Drive-In. Nein. Jetzt müssen wir erst mal den Eingang finden. Wo geht's denn hier lang? Hier. Oh, Respekt an all diese Leute, die in so einem Fast-Food-Restaurants arbeiten müssen. Das ist so ein Knüppel-Job. Oh ja. Hast du eigentlich mal einen Nebenjob gemacht, Steve? Ja. Oh, davon haben wir was. Mehr, mehr. Mehr? Natürlich. Ich habe gerade irgendwas gehört. Hey, 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 hey. Hörst du das? Nee. Er war gerade rascheln. Okay. Oh. Schön. Okay, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen sehen. Warum macht man sowas, wenn man zur Arbeit... Also... Nette Kollegen. Wer macht sich denn diesen Spaß? Outdoor-Sign. Okay. Okay, kann ich nicht verändern. Clear the workplace of debris and put it in... Warte mal, wie spät haben wir das denn? Guck mal, kurz eine Uhr binden. Im Flur, ist eine Uhr. Da ist eine Uhr. Ja, so, ne? Alter, wir haben es Viertel eins, ey. Oh no. 12 Uhr 15. Das macht, äh, Spaß. So, wir müssen erst mal aufräumen. Wer hat denn hier... Wer ist denn... Sag mal... Och, die ist doch noch gut. Das ist doch eine Fünf-Sekunden-Regel. Die liegt aber schon eine halbe Stunde. Das wissen wir doch nicht. Wir haben sie erst seit drei Sekunden gesehen. Okay, jetzt müssen wir hier... Ist das jetzt hier ein Aufräum-Simulator, oder was ist hier los? Wir sind in der Cover doch nicht, oder? Ey, ich hab keine Ahnung. Wie sollen das bei dir? Vor allem, wie sind denn die Mitarbeiter hier oben, Alter? Das ist ein Liter. Ich weine. Oh, Mucke. Danke, Bianca. Für diesen tollen Nerd. Okay. Ey, die Musik lässt sich sogar an. Die ist ganz angenehm. Ah, das sind die Burger-Buns. Oh, hier haben wir die Patties. Das wird doch lecker. Ja. Aber, was soll ich denn jetzt noch aufräumen? Ist hier noch irgendwo ein Möbel? Tja. Ich mach erstmal hier wieder zu mir, hallo? Schau, ich würd essen. Der ist. Oh, oh, oh. Können wir das sogar nehmen? Ist das denn Krapfen? Oder kann ich das nicht einfach wegschmeißen? Na nicht doch, der ist doch noch gut. Kann ich den wieder rausholen? Oh, oh. Gut, der wird erstmal verkauft. Der legt ihn ja vorne hin. Ist mir einfach ein bisschen zu, zu, zu realitätsnah. Jetzt muss ich hier draußen auch noch aufräumen? Na klar. Wo soll der Chef sonst denken? Was ist denn hier los? Der Basketball. Hey, hey, hey. Ja, Ratten gehören auch mit dazu. Wunderbar. Basketball, okay. Oh, Dave, ey. Schön, 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 schön. Dankeschön. Schlüpfer wechselt auf dich. Okay, also die kann ich nicht. Oh, muss ich jetzt nochmal? Euro-Palette. Ist jetzt hier noch irgendwo Müll? Siehst du noch irgendwas? Na, nicht so wirklich. Ach, Bierpullen. Noch zwei Stück. Gib mal an. Siehst du, Benni, deswegen wurdest du ja immer als letzter gewählt im Sport. So, turn on. So, exterior signage. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie ein bisschen sicher. Müssen wir kippen. Aber erstmal kurz wieder aus. Ist ja ganz schön laut. Wir müssen jetzt Schild erst draus anmachen, oder? Ja, aber ich glaube, das war ja hier vorne, ne? War das nicht hier? Genau, richtig. Rot-Door-Sign? So. So, serve our customers by processing and fulfilling their orders. Okay, alle klar. Okay. Wo sehe ich denn die orders? Na, wahrscheinlich, wenn die jetzt ranfahren und sagen, Äh, ich will krapfen! Oh, ich kann krapfen! Hallo, herzlich willkommen bei Benni und Steve Burgers. Äh, was kann ich ihnen bringen? Ein, oh, warte. Hier kommt der erste. Oh, da kommt der Einer. Hallo! Geht's Ihnen gut? Ja, warte, ich... Müssen wir rausrufen? Oh, warte mal. Aha. Was? Oh, bitte nicht, Alter. Ein Green Donut? Ein Purple Donut? Und einen Burger-Villa haben. Warte mal, Green Donut kriegen wir schon mal hin. Ja, aber na, wa? Wollt ich den einfach hier hinpacken? Nee, ich glaube, in die Kiste. Oder? In die Kiste? Würde ich sagen. Okay. Einen Burger. Ja, ruhig dich. Schau, du Fatzke, Alter. Was siehst du, was ich hier mache? Mann! Das wird alles frisch zubereitet hier. Wo ist alles zur Pfeife? Ach du Scheiße, wir müssen noch mal zubereiten? Ja, wie groß ist das denn, Alter? Komm, los, die Burger müssen raus, Benni. Komm, wend' denn? Wo ist der Käse? Die Zwiebeln, die Tomaten, alles muss frisch sein. Das ist ja wirklich Käse scheiße, Alter. Ich hab' keine Lust drin. Hör auf zu oben, was ich gesagt habe. Komm, raus, du Lachs Nacken. Okay, wir haben den Burger fertig. Na, das ist aber, Alter. Dieter, was? Du hast den drin. Du hast den Blupin. So, zack, da ist deine Bestellung. Jetzt verfasst. Da hab die Kohle her. Hier, und jetzt hier zwölf Euro. Was? Hallo? Hey, hey. Er hat nicht bezahlt. Fünf Dollar auf Geld, du Lappen. Er hat nicht bezahlt. Er hat nicht bezahlt? Was? Nee. Ich hab' kein Geld bekommen. Wollen wir vielleicht schon einen Burger vorberaten? Können wir schon ihn vorberaten? Wir können gucken. Damit wir prepared sind. Ich kann aber auch nicht sprinten, ne? Also ist hier... Ja, das ist... Okay. Na, dann braten wir mal ein paar Burger vor. Frisch ist dann zwar anders, aber ist okay. Ein guter amerikanischer Burger. Du nimmst ein bisschen leckeres Peef. Sehr fluffig. Und amerikanische Schäden. Ich hoffe, dass einer auch so einen Pippen... Achso, warte mal. Ich würd's noch nicht renn machen. Ich würd's noch nicht renn machen. Vielleicht will er den nächsten Jucky Burger essen. Achso, warte. Dann packen wir den hier zu dem... So, ist da jetzt schon mal wieder einer vorne, oder was? Na, hören wir aber bestimmt am Hupen. Also... Ihr glauben nicht? Ihr glauben nicht? Wir sollten uns bei einer Scheibe postieren. Warte mal. Hier ist noch keine Order drin. Und hier vorne ist... Hallo? Hallo? Ist da jemand? Na gut, wenn keiner will. Na dann? Können wir hier noch den... Oh, ne, Schatz. Können wir noch ein bisschen Musik anmachen. Ein bisschen entspannten, chillen Step. Wait. Ey, ey. Was wäre er? Burger? Milch? Pink Donut. Hä, 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 hä. So schön. Ne Milch? Wo ist denn Milch? Hast du Milch schon? Ach, oh. Ist das Milch, der? Ja, wahrscheinlich. Äh, hier. Super, super. Benny and Steve Burger. Äh, danke. Kommen Sie nicht wieder. Schauen Sie uns bald wieder. Make a trip to the warehouse for meat. Wo ist denn jetzt das Warehouse? Äh. Lauf mal nach hinten raus. Nach hinten? Ja. Sollen wir erstmal Design ausmachen? Also hier, damit wir nicht sagen open und so. Sondern geschlossen sind. Ey, ich sehe aber auch nix, ne? Gar nix. Ist da das? Ne, da ist der Tunnel. Ja, ist der Tunnel. Jetzt ist wirklich, haben wir eine Lampe? Ne, was? Ne, leider nicht. Ich habe auch kein Inventar, kein gar nix. Der Mindestlohn Simulator, ja, genau. Ich habe gar nix, habe ich. So, das ist das nicht unser Lager? Das hier? Hm? Aber wo ist denn hier eine Tür? Hallo, Tür? Oh. Warehouse. Das sieht gut aus. Äh. Äh. Hier ist ja besonders... Ach, du Schande. Ach, so einen Burger machen wir hier. Da ist eine Hand im Waschbecken. Ja, eine Hand sieht aus wie... Ist das wirklich eine Hand? Alter, ich gehe, ich gehe. Hier, komm, wir nehmen ein bisschen Bands mit und so. Hey, hey. Echt? Was ist passiert? We were last seen, the day disappeared and since then there was... Hä? Sind wir jetzt... Hä? Sind wir jetzt erschossen worden? Warum sind wir jetzt hier, wenn das Spiel schon vorbei ist? Das war's? Hä? Was? Ich hab... Was? Haben wir jetzt was falsch gemacht? Also, äh... Was? Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ja nochmal ein Happy Meal für uns da. Irgendwie in Form eines Abos. Wir würden uns sehr drüber freuen. Denkt dran, noch ein Chicken McNugget nach oben. Und wir sehen uns dann zur nächsten Welle Party wieder. Bis zum nächsten Projekt. Tschü, tschü. 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 Tschü, tschü.